Hoffentlich muss ich mir den Namen nicht merken. Save? Ja komm, hau rein den alten Schinken hier. So, machen wir das mal wieder hier. Saving da auf dem zweiten Teil. Da sieht man rechts, was für einen Digimon wir haben. Ich habe den Namen vergessen, das ist super. Ich bin gut da drin. Chapter 1. Welcome to the Kurimei Detektiv. Oh, eine Trophäe. Ich sehe, du hast gute Kräfte in dieser Situation. That place in Shinjuku, the one where you appeared when you locked out from cyberspace. It's the same or very similar to the place you locked into Eden at, isn't it? Well, you're here talking to me now, but it seems there's another body out there for you as well. Maybe your mental data was separated from your physical body and manifested in the real world independently. Or maybe your body was somehow moved to Shinjuku, where it was corrupted into the form you have now. The whole situation is actually to be silly, yet here you are standing before me, as much as that shouldn't make sense. At present, I can only form a simply hypnosis, we need to gather more information and quickly. Going by the book, you should check out where you locked into Eden, which was where? Where? Hmm. Why are you helping me? This isn't some part of some weird scheme, isn't it? Well, first of all, why are you helping me? Where are you now? You are at the Kuwemi Detective Agency, which has sleuth a number of wether bizarre chases including cybercrimes. I can think of nobody better sweet to sleuth the mystery of what happened to you, than right here. And you're even sitting on the sofa for clients. Dann habt ihr keine Schaden, dann können wir auch nicht mehr entkommen. Now, need to worry about company's needs. You're very exciting, is it all of payment I need? Natürlich. Let's prepend your boarded Eluxeriliner, say the married shells. Eh? Anyway, let's get back on track here. Where did you log in? But first. Before we don't do anything else, we must be something about your appearance. You can't even walk around outside like that. And it looks pretty unstable as well. I've had a good look and you are truly a mess of data. A true digital body. Yet you hear my voice. Sit on my sofa. Talk to me. Prove that you are overly physical laws. A digital body with real-world characteristics. Let's call it a half-cyber body. Hehehe. If your body is compromised of data, then it could be easier to do something about your appearance. Incorporate compatible data and make repairs. You should have the same basic structure as an Avatar used within Eden. It would be excellent if there were Avatar's parts in the data found lying around in no loon. The only issue is it whether or not you can log in in your current state. Hmm. What's that? Did something happen with the television? Over here. Jump. Huh? Jump? I... I couldn't possibly... Jump? I... I couldn't possibly... Jump? Ugh. Okay. Jetzt können wir durch die Fernseher reisen. Cool. Kann wir uns mal wieder bewegen? Well, you get on by the voice. I took a lap of faith. But what the heck happened? It looks like I can go forward after all. Digital network. This is a digital space where the information flow becomes visual due to the prognostic cyberbody. Choose your direction with the directional button or left the stick. Ah, okay. Hey, unser Dingimon is dabei. I can't go back. I'll just have to continue. Okay. Auf jeden Fall ist unser Dingimon... Da. Äh. Links? Rechts? Keine Ahnung. Achja. Mit... Mit den linken... Okay. Hier werden wir auch angegriffen. Wir müssen hätten mal unser Dingimon ein bisschen. Aber gut. Wer kann denn damit rechnen, dass wir hier plötzlich vor so'n Ding stehen? So. Attack auf den da. Zack. Ich hab' jetzt gar nicht gelesen, wer das war. Attack. Ey, da gibt uns ne Klatsche. So'n komisches... So. Punimon und Bukamon. Machen wir erstmal Bukamon fertig, weil er mit der Dote ist. So. Oha. Aber wir müssen den definitiv gleich SP geben und ein bisschen heilen. So. Wir machen erstmal wieder die Hauptattacke hier. So. Haben wir wenigstens schon mal... Naja. Fast tot bekommen. Und... Final Heap. Ende. Juhu. Wie er sich immer freut. Yay. Level Up. Und keine Items. Das ist immer gut. Level Up. Settings. Haben wir was Neues gelernt? Nö. Enttäuschend. Einfach nur enttäuschend. So. Jetzt aber mal ganz kurz ins Inventory. Inventory. Das nennt man so heutzutage. Das ist... Ganz normales Wort. Achso. Durch Level Up ist alle seine Steps wieder da. Hey. Supi geil. Supi geil. So. Jetzt möchte ich aber gerne da lang. Vielleicht ist hier ja noch was. Ne. Vielleicht ist hier irgendwo noch irgendwas zu finden. Äh. Vielleicht auch nicht. Alles klar. Weiter geht's. So. Das überspringen wir gleich. Hui. Oh. Wir waren grad voll im Flow gewesen. So. Skill. Dista. Auf. Botamon. Ne. Erstmal auf Punimon. Das ist ja ganz schön fies, dass wir hier die Digimon Babys angreifen. Ne. Man. Da fehlt ein letzter Schlag. Kann er nicht AOEen oder sowas? Das wär auch nochmal cool. Naja. Vielleicht kommt das alles noch. Was er mehrere gleichzeitig angreifen kann. So. Machen wir den da fertig. Ciao. Oh. Bubbles. Voll die Bubble Attack hier. Wir machen aber mal den. Mal sehen. Was das macht. Also. Wie viel Damage das macht. Das haut ihn um. Alles klar. Gut. Müssen wir es mal merken. Dann machen wir lieber den Blitzschlag. Dass er den dann auch umhaut. Hui. Es gab eigentlich 4%. Ne. So. Weiter geht's. Links. Rechts. Wir können überall hin. Hui. Blub. Hui. Hui. Ich weiß aber einfach nicht, ob auf der Seite denn. Ja. Da Kisten sind oder sowas. Aber ich glaub das wird auf der Karte angezeigt, wenn da Kisten sind. Hui. 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 Ja. Schon wieder. Schon wieder dieselben. Hui. Den einen haben wir gleich um 100%. Supi dupi. Supi dupi. So. Erstmal machen wir wieder Botamon fertig. Hier einmal One-Hit. Zack. Boah. Miss. Wirklich? Bei 95%? Alter. Wenn ich dich in den Finger bekomme da. Hagurumon. Dessen Namen ich mir niemals merken werde. Wird Zeit, dass du dich nicht digitierst zu. Ich weiß noch nicht mehr zu wen. Zu Jürgenmon oder sowas. So. Wir machen mal immer diesen Nano-Ding. Der scheint hier scheinbar mehr Damage zu machen gegen die kleinen Scheißer. 61 ist mehr Damage als 51. Das sagt mir mein Mathe-Genie. Hey, eine HP-Kapsel. Leider nicht Level up, aber bald. Aber wir verlassen jetzt scheinbar wieder diesen Cyberspace. Lock out. Ja. Komm. Hier ist ja sonst nichts mehr. Es ist ja ein einschließlicher Weg. Ach, jetzt sind wir wieder zurück in Eden. The exit. It's gone. Guess I can go. Can't go back. The way I can. Okay. Jetzt sind wir wieder zurück in Eden. War immer noch so komisch. Ist das eben? Natürlich. Ich habe hier sogar vor dir erkannt. Das ist ein Anruf. Das ist Kyotokuremi. Can you hear me? I nearly lost you, but I managed to get a trace. What the heck happened? What the heck happened? It looked like you were sucked into the terminal and just disappeared. Hmmm. I see. I am guessing you pasted through the actually network lines themself. The office terminal is connected to Eden's network. You route the flow within the real as data and appeared in Eden. So then for you the network appears as the actual series of worlds. Still it's shocking to see you make such a direct translation from the real world to the digital one. To submerge in the digital world just be touching the terminal. A dive. No. A jump. From now on I am going to call that ability of yours a connecting jump. What a happy little unexpected accident. Now you can go look around for avatar part data. Hat. No loon. There is plenty of junk data nearly around in no loon. It should be easy to find what you need. Also sind wir wieder zurück in Eden sind aber naja müssen jetzt halt immer noch unsere unseren Körper wieder finden. Unser Digimon haben wir nicht in Eden. Aber das ist doch noch da oder? Ja da ist es. Es wird aber nicht angezeigt. Okay. Vielleicht ist das nochmal. Who are you supposed to be? Are you a member of this chat room? I never seen that avatar before. Er ist ein toller chat room wenn wirklich jeder hier einzeln sitzt und nicht redet. Ist ein toller chat room scheint echt geil zu sein hier. How did you get in there? I know I locked the room. Is this a bug? Ja. Ich bin ein bug. Es scheint hier echt voll die Party abzugehen ich merke das. Is this a bug. What are you doing? This space is supposed to be for members only. How did you get in there without a pass? And your avatar is really weird. Are you some kind of rookie hacker? Hacker? Ja, ich bin ein Hacker. So, wir müssen natürlich mit allen reden, ne, das ist ein... Es ist so. There is no such things as having too many recovery items. That's just hacker common knowledge. I always have an extra or three. What am I doing talking with a noob like you? I hope nobody saw me. Go on, get lost. Ich bin kein Noob. Ich bin hier der absolute Pro. Mann, das Mobbing, starke Cybermobbing ist das. Cybermobbing ist das. Ich werde einen Aufruf starten auf Facebook, dass du mich gemobbt hast. Mit irgendwelchen Zetteln, wo ich dann Wörter drauf schreibe und dann das als Video mache. Ja, das werde ich machen. You never want to run low on items for escaping dungeons? Your export, your home gate. Woah. What's wrong with your avatar? You should tell the admin to do something. How in the world did you end up looking like that? Is that some sort of error? A hack? Nee, das trägt man jetzt so, weißt du? Nur weil du nicht hier mit der Mode gehst, ne? Aber ich bring das jetzt voll in, dass man so halt aussieht. Weil es sieht einfach cooler aus als, naja, ihr. Any hacker versus soul doesn't take abnormal statues lightly. They might wear off with time, but you'll be at a disadvantage if you leave him. What's wrong with you? No, you don't have to say it. You got your avatar an abnormal status, eh? An experience hack like me knows all about it. So let me give you this nugget of advice. Nugget. Go to the admin and get that fixed. Wow, dat musste mir ein Hacker sagen, dat ich jetzt zu irgendein Admin gehen soll und das fixen soll. Wow, du bist der super Weltklasse-Ober-Hacker. Gut, wir gucken mal, dass wir jetzt wieder nach, ja, Nolan kommen. This way. Come on. Hä? Guess I should go in the direction of that voice. Genau, immer dahin, wo die Stimme ist. Das ist wie ein Horrorfilm, weißt du? Da wo die Stimme ist, immer hingehen, ist immer gut. Hat dir da aber einen Vorbau. Ah, so you can hear my voice. Welcome to the DigiLab. This place has a faint connection with the digital world. A paradise for Digimon. I am Miri Makiyuri Yugi Pugiburi. I hope this paradise unter you. Huh? Digital world? DigiLab? That's my digital world. It's okay if you don't know about it. For now, at least. When the time comes, I accept you will know what you need to know. DigiLab? The Digital Monster Laboratory, you could call it the DML for short, I suppose. I recommend calling it the DigiLab through. I call you. No, that's not quite it. It was you who called me. You are beginning to develop a deep connection with Digimon. Our strings of fate intertwined and drew me in. And so I found you. In other words, it was you who called out to me. But that's enough of that for now. First off, what kind of place is this? Go and check it out with your own eyes. Digital lab. In DigiLab you can use a variety of facilities that will help you on your adventure. Digibank, Digifarm. Also, wir können unsere Digimons, naja, ablegen. Wir können unsere Digimans auf eine Farm schicken, wo man sie trainieren und füttern kann. Wir können zu einem Dungeon. Wir können shoppen gehen. Oh, call us a network battle. Medical... Ah, also hier. Medical Machine. We cover Digimon HP and SP. Das brauchen wir jetzt eigentlich mal. So, wo haben wir denn hier auch nur annähernd irgendeine Ahnung? Die hat eine Katze. Ich will auch eine Katze. Darf ich deine Muschi streicheln? Entschuldigung. So, was ist das? We cover for 200 Yen. Wie viele Yen hab ich? Warte. 2300, ja komm, hau rein den Schinken. Party Digimon. So, was ist das? Digifarm. Digimon keep at your Digifarm will gain experience with time. Giving instruction will result in variate effects. Ah, okay. Wir können unseren Digimon dann auf so eine Farm schicken und da... Naja, da levelt er dann halt. Was ist das? Move Digimon... Ach so, das ist so gesehen der Computer. Wo ich unser Digimon ablegen kann oder tauschen kann oder wie auch immer. Und das ist... Welcome! Please select a transaction by... Ach so! Ein Shop! Was können wir denn so kaufen? Was gibt das denn? Exciting Meat, Flame Symbol, Water Symbol, Wood Symbol, Earth Symbol. Increase EXP for Earth Attribute. Digimon Farm Goods. Ah, okay. Und wenn wir dann so ein Ding hier reinschmeißen in die Farm, dann kriegt er mehr Prozente. Alles klar, ich habe es geschnallt. Was ist das? Mirror Dungeon. By using the shortcut gate prepared by Miley Maki Ur, you can revisit your Dungeon and explore in the path. Ach so. Damit können wir dann einfach in die Dungeon gehen, in die wir schon mal drinnen waren. So was ist das? Colosseum. Ranking Battle. Track the page in Digimon Battles online with players around the country and complete 4 points. Network Battle have the following rules. Cannot battle if your total party memory is more than 150. All Digimon levels are set to level 50. Ah, okay. kommst du durch, du. dann kommen